Hallo liebe Piloten, es ist Sonntag, ihr wisst ganz genau was das bedeutet. Der X-Men Rewatch Marathon geht weiter und heute sprechen wir... Ja man, heute sprechen wir endlich über Logan. Oh, ich wollte schon so lange über diesen Film sprechen. Bevor ich überhaupt wusste, dass ich diesen X-Men Rewatch Marathon durchziehen würde, wollte ich so oder so irgendwann mal über diesen Film sprechen. Aber hey, er ist Teil des X-Men Franchises, das heißt... Ja baby, endlich, endlich kann ich über den Film sprechen. Das bedeutet aber, dass jetzt die üblichen Disclaimer auf euch warten. Japp, hier kann es zu Spoilern kommen, was das gesamte X-Men Franchise angeht. Bitte, bitte, bitte seid euch dessen bewusst. Und ja, alles was jetzt folgt ist nur meine Meinung. Damit wurden alle Disclaimer disclaimed. Bevor wir mit dem Video loslegen, geht noch ein dickes Shoutout an den Sponsor dieses Videos raus. CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist ein virtueller privater Network Provider mit über 38 Millionen Usern und einer 5-Sterne-Bewertung von 14.000 Usern auf Trustpilot. Die eigene IP-Adresse zu verstecken ist wichtig. Gerade im offen zugänglichen WiFi ist das empfehlenswert, wenn man ungestört und anonym im Internet unterwegs sein möchte. Und CyberGhost ermöglicht einem das und geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn selbst dieser VPN-Anbieter weiß nicht, was du im Internet machst, da der Provider kein Protokoll führt. Privatsphäre ist wichtig und das gilt auch fürs Internet. Ein weiteres Bonus, den dir CyberGhost VPN bietet, ist folgendes. Da du deine virtuelle Location stetig ändern kannst, bist du in der Lage, günstiger zu shoppen oder zu reisen, indem du Preise aus unterschiedlichen Locations miteinander vergleichst. Und so ein Flugticket ins Ausland kann manchmal echt teuer sein. Und das Ganze lässt sich echt kinderleicht bedienen. CyberGhost bietet dir uneingeschränkten Zugang zu 7.900 Servern in 91 unterschiedlichen Ländern. Apps gibt es für alle gängigen Betriebssysteme. CyberGhost ist für alle Plattformen verfügbar. Windows, Mac OS, Android, iOS und viele andere. Eine Mitgliedschaft kann bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Das heißt, du kannst dein Account auch gern mit Familien und Freunden teilen. Wenn ich jetzt also euer Interesse wecken konnte, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung und gönnt euch einen Discount von 84%. Dann kostet euch das Ganze nur 1,94 Euro. Außerdem habt ihr eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie sowie einen deutschen Support-Service, der euch 24-7 zur Verfügung steht. CyberGhost wird von führenden Websites wie ComputerBuild, Chip.de, PC-Welt.de und Netzwelt empfohlen. So viel zu CyberGhost VPN. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Okay, 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 okay. Ich liebe die X-Men-Reihe. Ich spreche wirklich regelmäßig darüber in diesen Videos. Die Kontinuität in diesen Filmen, die stimmt nicht wirklich. Aber die Einzelfilme sind teilweise derartig stark, dass ich dieses Franchise wirklich mehr mag als das MCU. Ich habe bereits über X-Men First Class gesprochen. Für mich wirklich das beste Prequel ever. Ich habe über X-Men Days of Future Past gesprochen. Für mich ein Film, der wesentlich opulenter, aber auch besser und gefühlvoller ist als Avengers Infinity War und Endgame. Alle Male meiner Meinung nach. Ich weiß, dass ich damit Hate auf mich gezogen habe. Ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. Und dann haben wir natürlich auch Risiken wie Deadpool gehabt. Aber gerade die Solo-Filme von Wolverine waren irgendwie so eine Nummer für sich, was ich immer schade fand. Weil Hugh Jackman ist super in der Rolle. Also niemand kann sagen, so pfff, was für ein Kack-Casting. Warum spielt Hugh Jackman Wolverine? Das kann der nicht. Er ist super und er trägt teilweise dieses Franchise. Die ersten drei Filme, das waren seine Filme. X-Men Days of Future Past, obwohl ich immer sage, dass James McAvoy hier Front and Center ist, hatten wir trotzdem Wolverine als den Charakter, der überhaupt diese Mission durchziehen muss. Und seine Einzelfilme haben leider bis dato nicht so gut funktioniert. X-Men Origins Wolverine, eine absolute Katastrophe. Ich bleibe dabei. Ich dachte, ich werde den Film mehr abgewinnen können, nachdem ich ein bisschen Distanz dazu hatte. Ich finde ihn genauso schlecht wie damals. Er ist nur generisch, er ist nur lahm. Er nimmt diese großartige Geschichte und dieses großartige Potenzial des Charakters Logan und macht nichts draus außer Mist. Und dann hatten wir den zweiten Film, The Wolverine. Ich meinte ja, ich halte ihn für unterschätzt, aber so wirklich das Potenzial genutzt, eine geile Logan-Story zu erzählen, hat der Film auch nicht. James Mangold war Regisseur von The Wolverine. Das war der zweite Wolverine-Film. Und das Studio hat ihm reingeredet. Und das merkt man. Das merkt man vor allem im letzten Ark, mit dieser ganzen Silver Samurai-Nummer, die einen eher an Transformers erinnert. Generell, The Wolverine war für viele ebenfalls enttäuschend. Es war zwar besser als X-Men Origins Wolverine, aber sind wir mal ehrlich, eine Kackwurst ist besser als X-Men Origins Wolverine. Als es also hieß, dass wir Logan ein letztes Mal auf der Kinoleinwand sehen werden und es quasi sein Abschiedsfilm sein wird, war ich skeptisch, aber auf der anderen Seite traurig. Aber ich habe mich auch irgendwie darauf gefreut. Es war ganz schwierig, weil ich liebe Hugh Jackman in dieser Rolle und ich habe mir gehofft, zumindest einen würdigen Abschied zu haben für Logan. Weil X-Men Days of Future Past war auch das für mich in gewisser Hinsicht. Das Ende, als wir alle Charaktere nochmal hatten und sie wurden zurückgebracht und sie leben jetzt glücklich in Westchester in der School for the Gifted. Ich so, hier könnte man einen Schlussstrich ziehen. Aber nein, ihr wollt weitermachen. Während der Comic-Con als X-Men Apocalypse präsentiert wurde, hat Hugh Jackman gesagt, ja, er kehrt zurück. Viele wussten nicht, dass er auch in X-Men Apocalypse ein kleines Cameo haben würde, aber er meinte vor allem in seinem ganz eigenen Film erneut. Und damals ging die rüchte Küche los. Ist das Old Man Logan? Weil der Film wurde ja einfach nur Logan genannt. Und ich kann euch sagen, der Film hat nichts mit den Comics zu tun. Nichts mit dem Comic Old Man Logan. Old Man Logan ist Mad Max, trifft Marvel, ist total wild. Das Einzige, was Logan gemeinsam hat mit Old Man Logan, ist das Genre und zwar ist es ein Western. Logan ist ein Western im X-Men-Franchise und ist in erster Linie ein Charakter-Piece, ein Charakter-Drama. Wir haben damals den ersten Teaser bekommen und da war Johnny Cash Musik zu hören, was so cool ist, weil auf der einen Seite James Mangold war verantwortlich für Walk the Line den Biopic von Johnny Cash. Auf der anderen Seite dachte ich mir, wow, dieser Teaser und auch der zweite Trailer, die sehen so gut aus. Das ist die Wolverine-Story, die ich immer sehen wollte. Wir beleuchten wirklich den Mann hinter den Krallen. Wer ist er? Wie geht es ihm? Wie scheiße ist sein Leben eigentlich? Ich bin heiß drauf. Dann wurde die Nummer auch noch betitelt als R-Rated. Wir werden das erste Mal wirklich Wolverine-Action sehen, also ohne wegzuschneiden und uns wirklich die Brutalität eines Wolverines zeigen. Ich bin am Start. Trotzdem war ich, ich war gehypt, aber ich wurde einfach schon zu häufig enttäuscht. Deswegen wollte ich meine Erwartungen irgendwo im Zaum halten, konnte es aber nicht, weil ich war zu geil auf die Nummer. Und dann wurde der Film auch noch angemeldet als Berlinale-Film. Ja, richtig. Logan war ein Berlinale-Film. Und ich, ich bin, ich bin dabei, ich bin dabei. Bin ins Kino gerannt, Opening Night und war einfach nur happy. Ich war weggeblasen. Für mich war das der beste Marvel-Film, überhaupt Marvel-Film, den wir je hatten. Und für mich spielt Logan in der gleichen Liga wie The Dark Knight. Das ist wirklich Comic-Verfilmung next level. Weil wir haben erst einen guten Film und das Comic-mäßige ist zweitrangig. Der Film beginnt und spielt, müsste eigentlich in der Kontinuität nach Days of Future Past spielen, viele Jahre danach, aber in der Timeline, wo alle zurückgekommen sind. Ihr wisst schon, das Ende von Days of Future Past mit Logan und Professor Xavier und so weiter und so fort. Und Logan führt ein echt trostloses Leben. Ich liebe tatsächlich die Tatsache, dass dieser Film kein opulentes Intro hat. So sehr ich die opulenten Intros liebe, der X-Men-Film, ich spreche über sie regelmäßig. Und John Ottman's Score, ihr wisst schon, das ist nicht diese Art von Film. Er fängt so ruhig an. Wir beginnen nicht mit irgendwelchen Sentinels, die angreifen oder was macht Magneto schon wieder oder irgendetwas sehr Larger-than-Life-mäßigem. Nein, wir sehen einen Logan, der besoffen und fertig mit dem Leben in einer Limo hockt. Er liegt da, schläft da, weil er ist ein Limo-Driver und irgendwelche Leute probieren, einen Reifen von seiner Limo zu klauen. Er steigt aus dem Auto, kommt gar nicht klar, weil er ist nicht mehr der Mann, der er mal war. Und die schießen ihn auch direkt nieder und es kommt tatsächlich zu einer Konfrontation. Direkt sehen wir, in Logans Leben hat sich eine Menge verändert. Zum einen, er ist nicht mehr der Badass, der er mal war. Er hat eine beschissene Haltung, er kann nicht mehr auf Recht stehen. Die Krallen kommen nicht mehr so raus, wie sie es mal getan haben und er heilt auch nicht mehr so gut wie damals. Und es gibt da so einen Moment. Diese Intro-Sequenz ist für mich auch so beispielhaft dafür, wie man eine gute Intro-Sequenz macht. Weil wenn wir uns den Werdegang von Wolverine angucken, Logan in diesem Film, er hat immer etwas unfassbar Heroisches gemacht. Es gab immer diesen einen Moment, dass er sich für irgendetwas einsetzt. Zum Beispiel am Ende des ersten Teils hat der Rogue das Leben gerettet und war bereit für sie zu sterben. Hier schmeißt er sich vor seine Limo und möchte um jeden Preis vermeiden, dass die Limo angeschossen wird. Warum? Weil das ist alles, was er nur noch hat. Das ist verdammt tragisch. Und ja, die Action-Sequenz, wenn diese Leute fertig macht. Fuck. Ich weiß auch ganz genau, mein Bruder war mit mir im Kino. Und mein Bruder ist nicht der größte Film-Fan. Aber mein Bruder war auch früher ein X-Men-Fan und ein Wolverine-Fan. Und der hatte natürlich auch alle X-Men-Filme geguckt. Und er ist relativ ruhig im Kino, er ist ein ruhiger Kinogänger. Aber als Wolverine ausgerastet ist und diese Leute fertig, ich meine Krallen gehen durch Gesichter, Gliedmaßenwerte abgetrennt, mein Bruder meinte, wow, endlich, das ist Wolverine. Und ich, ja, das ist Wolverine. Es wurde das erste Mal dargestellt, wie grausam er eigentlich sein kann und wie grausam diese Fähigkeiten sind und wie grausam und trostlos sein Leben ist. Wenn er sich im Spiegel anguckt, man erkennt ihn gar nicht wieder. Spannend. Wolverine, also Hugh Jackman, sieht in dem Film verdammt alt aus. Das heißt, endlich hat dieser Alterungseffekt eingesetzt bei Logan, diesem Mann, der nicht altert. Und dieses Adamantium in seinem Körper macht ihn krank. Er hustet die ganze Zeit und wir gehen davon aus, dass das Adamantium ihn langsam, aber sicher umbringt. Aber das Spannende ist, er sieht so alt aus und das haben die tatsächlich mithilfe von CGI hingekriegt. Das heißt, ich, der größte CGI-Kritiker, sage hier, das sieht super aus. Das erkenne ich nicht. Ich weiß es mittlerweile sogar und trotzdem sehe ich es nicht. Ja, Hugh Jackman musste hier ein paar Punkte haben und die haben ein bisschen an seiner Haut gearbeitet, sie ein bisschen faltiger gemacht und so weiter und so fort. Wahnsinn, Wahnsinn, so mit einer der besten CGI-Arbeiten, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und wir sehen, er ist ein Trinker geworden und alles, was er will, ist tatsächlich Geld zu sammeln. Deswegen ist er auch wie so ein Uber-Driver, um sich ein Boot zu kaufen, um mit Charles Xavier, ja, den Rest seiner Tage zu verbringen. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und wir sehen auch zu Beginn, dass so eine Frau probiert, ihn ausfindig zu machen. Er hat gar keinen Bock, sie sagt, der Wolverine ist hier, der Wolverine steht vor mir, er muss mir doch helfen. Ich habe eine kleine Tochter, die braucht Hilfe und er, ich bin nicht mehr Wolverine, das bin ich alles nicht mehr. Ich weiß, sowas ähnliches hatten wir schon in The Wolverine, wo er nicht mehr Wolverine war, sondern nur Logan. Aber in diesem Film wirkt das wesentlich besser, weil wir haben hier klare Western-Motive. Generell das ganze Setting. Er wohnt mittlerweile an der Grenze zu Mexiko und das tut er mit Charles Xavier, der mittlerweile an einer degenerativen Gehirnkrankheit leidet. Das bedeutet, er erinnert sich nicht mehr so gut an alles wie früher und er hat regelmäßig sowas wie epileptische Anfälle, die seine Fähigkeiten zu einer verdammten Gefahr machen. Er konnte ja früher Leute anhalten und jetzt kann er sie damit umbringen. Er ist ja connected zu den Gehirnwellen von anderen und das ist verdammt tragisch. Patrick Stewart und Hugh Jackman geben beide Tour de Force Performances ab. Beide sind Oscar-würdig in diesem Film und es tut einem in der Seele weh, Charles Xavier so zu sehen. Diese Mentorenfigur, über die ich immer spreche, mit der man sich nicht identifizieren kann, der Mann, der auf alles eine Antwort hat, ihn so kränklich und gebrochen zu sehen, es tut einem weh. Ich meine, wenn man schon mal ein Familienmitglied hat, wo man das Alter langsam spürt, dann tut das umso mehr weh. Und Wolverine kümmert sich eigentlich um ihn, weil er ist alles, was er noch hat, aber Charles wirft ihm nur Beleidigungen an den Kopf. Es ist auch ganz krass, Charles so fluchend zu sehen. Er so, als ich dich gefunden habe, warst du ein Käfigkämpfer, ich habe dir eine Familie gegeben. Und wenn auch Logan sagt, ja und wo ist die jetzt und so weiter und so fort, ich so, halt, was ist das denn X-Men geworden? Warum gibt es nur noch euch? Es gibt auch noch Caliban, gespielt von Stephen Merchant, der das ganz cool macht. Und ich muss sagen, seine Interpretation von Caliban gefällt mir wesentlich besser als das, was wir in X-Men Apocalypse bekommen haben. Wesentlich, wesentlich besser. Aber ja, ich war schockiert zu sehen, was sie aus Charles gemacht haben. Und Logan muss ihm regelmäßig Spritzen verabreichen, Tabletten geben, damit er diese Anfälle nicht hat. Und Charles denkt, dass Logan eigentlich nur darauf wartet, dass er langsam stirbt, was nicht der Fall ist. Charles bedeutet ihm die Welt. Das ist die traurige Ausgangssituation von Logan. Wir sehen eigentlich nur seinen Alltag. Wir sehen, wie er Leute rumfährt. Wir sehen, wie er trinkt. Wir sehen, wie seine Fähigkeiten nicht mehr die sind, die es mal waren. Und dass er nicht mal gut lesen kann, weil selbst seine Augen funktionieren nicht mehr so wie früher. Und er schläft sich so ein bisschen durch den Tag durch. Das heißt, es ist eine recht depressive, depressive Geschichte. Und er wird kontaktiert von so einem Bad Guy namens Donald, gespielt von Boyd Holbrook, der das auch so rockt. Er erinnert einen sehr an Western-Bösewichte und er rockt auch den Southern-Accent wieder. Wie gesagt, der Film gibt Boyd Holbrook was zu tun. The Predator, absolute Verschwendung. Er sucht nach dieser Frau, die probiert hat, Wolverine zu kontaktieren. Und er sagt, sie hätte ihm irgendetwas geklaut. Und als er die Karte da lässt und wir lesen Alkali, wie oh oh, das sind die Leute, die Wolverine überhaupt erst zu Wolverine gemacht haben. Er war Logan. Die haben ihn zu Weapon X gemacht. Er will damit überhaupt nichts zu tun haben. Doch Charles spricht davon, dass es tatsächlich neue Mutanten da draußen gibt. Und dann spricht er auch noch von der Freiheitsstatue und so weiter und so fort. Und wir denken uns, spricht er das im Delirium, weil er nicht mehr wirklich da ist. Aber Logan geht der Sache tatsächlich auf den Grund, weil er wird erneut kontaktiert von dieser Gabriela. Er findet sie. Und das finde ich so spannend. Das ist so ein kleines, aber feines Detail, das ich den Film liebe. Sie wohnt mittlerweile in einem Hotel und da gibt es tatsächlich eine Freiheitsstatue. Das heißt, Charles hat nicht die Freiheitsstatue aus X-Men 1 gemeint. Er hat wirklich dieses Hotel gemeint. Und sie behauptet, eine kleine Tochter zu haben namens Laura, hinter der dieser Kerl her ist. Und sie bittet, bittet, bittet Logan noch einmal heldenhaft zu sein und die beiden über die Grenze nach Kanada zu bringen. Und er, ich bin das nicht mehr, ich will das nicht mehr, lasst mich einfach in Ruhe und so weiter und so fort. Und gleichzeitig bietet sie ihm halt 50.000 Dollar an, also kann er dazu nicht Nein sagen. Er braucht das Geld, um mit Charles zu verschwinden, damit Charles nicht mehr eine Gefahr ist für andere Menschen da draußen. Macht sich also ready dafür, doch am nächsten Morgen ist sie schon tot. Und das kleine Mädel, Laura, ja, das taucht auf einmal bei Logan auf. Und direkt kommt es zu einer derartig brillanten, brillanten Konfrontation, weil Boyd Holbrook und seine ganze Armee von Leuten tauchen da auf. Ja, ich weiß, den gelang es erst, ihn ohnmächtig zu hauen. Großer Fehler, weil jetzt hat er Caliban und jetzt sind er auf Rache und er will dieses Mädchen haben. Was ich auch an so einem Film mag, nicht nur die Western-Ästhetik, die wir die ganze Zeit haben, ich liebe auch den Western-Score. Wir setzen hier wirklich auf Piano und Mundharmonika. Es fühlt sich nicht an wie ein Superheldenfilm, es fühlt sich nicht an wie ein X-Men-Film. Es fühlt sich an, als wenn wir die Charaktere nehmen, Charles und Logan und mit denen eine Charakter-Story erzählen, aber es fühlt sich absolut nicht wie ein X-Men-Film an und das ist ein Kompliment, obwohl ich die X-Men-Filme liebe. Aber ja, sehr schnell stellt sich Folgendes heraus, Laura ist X-23. Ja, man kennt sie aus den Comics, das ist ja Female Wolverine, sie wurde ja geklont aus ihm. Das wurde ja so ein bisschen angedeutet in der Post-Cred-Scene aus X-Men Apocalypse. Nur damals wurde uns die Essex Corporation versprochen, also Mr. Sinister, das kriegen wir nicht. Ich finde es ganz gut, dass wir hier nicht Over-the-Top-Comic-Book-mäßige Gegner haben, sondern eher die Gegner, die zu Logan passen. Es hat angefangen in Alkali, es sollte auch enden mit diesen Leuten. Und wenn Laura ausrastet, meine Güte, dann zeigt sich erneut das R-Rating. Generell Daphne Keen spielt Laura, aka X-23. Sie ist verdammt großartig und zwei Drittel des Films spricht sie nicht mal ein Wort. Sie ist wie so ein kleines, wildes Tier und sie rockt das. Ihre Action-Sequenzen, ich kann die meisten davon nicht zeigen, weil es zu blutig daher geht. Aber wenn dieses kleine Mädel diese gigantischen Typen platt macht, ist das einfach nur der absolute Bringer. Und sie hat Krallen, sowohl kommen sie diesmal aus ihren Händen, als auch aus ihren Füßen. Und Logan guckt sie sich an und denkt sich wahrscheinlich schon seiteil dazu. Und als sie wirklich kurz davor ist, entführt zu werden, kann er es nicht lassen und muss sie retten. Nimmt sie mit, er hat Charles und sie sind jetzt quasi auf der Flucht vor diesen Leuten. Das ist der ganze Plot, das liebe ich auch an diesem Film. Es geht nicht darum, dass die Welt endet. Es geht nicht darum, dass irgendjemand probiert, die komplette Population von Mutanten umzubringen. Nein, es ist einfach nur, ja, ein bisschen Terminator oder Terminator 2. Es geht darum, dass Logan nochmal seine Seele wiederfindet und mit diesem Mädel bandet. Weil er stellt sich heraus, es ist seine Klontochter und er kommt gar nicht damit klar, eine Tochter zu haben. Gleichzeitig erkennt er sich in ihr häufig wieder. Sie hat definitiv Aggressionsprobleme. Es gibt Momente, wo sie sich einfach Chips klaut und dann kurz davor ist, den Typen im Laden, den sie beklaut hat, umzubringen. Und er ihr sagt, nicht okay. All diese Szenen sind großartig. Das heißt, der Film hat auch Humor, aber er hat sehr organischen Humor, der zu den Charakteren passt. Und das liebe ich, liebe ich, liebe ich ohne Ende. Generell, die Chemie zwischen diesen drei Generationen von Mutanten, Charles, Logan und Laura, ist phänomenal. Wir haben hier eine Mutantenfamilie und es ist wundervoll, das zu sehen. Also nach dieser genialen Verfolgungsjagd, nach dieser Actionsequenz, wo Logan und Laura zusammen kämpfen, müssen sie fliehen, müssen sie ein neues Auto kriegen und sie verstecken sich erstmal in einem Hotel. Und hier gibt es erneut derartig spannende Sequenzen. Zum einen, die X-Men-Comics existieren in diesem Film und Laura ist ein Fan der X-Men-Comics. Und dann kommt Logan, guckt die sich an und sagt, Laura, das ist alles Blödsinn, das ist Bullshit, okay. Im wahren Leben sterben Leute. Es gibt nicht irgendwelche Leute, die lustige Anzüge haben und den Tag retten und so weiter und so fort. Auf der einen Seite dekonstruiert das das komplette Comic-Genre. Auf der anderen Seite hat dieser Film auch tatsächlich eine spannende Aussage und eine Parallele zum Western-Genre. Weil der Western wurde irgendwann abgelöst, ja, durch den Spaghetti-Western und dann generell ist das Genre nach und nach in den Hintergrund getreten, weil alles sehr inflationär war. Und hier ist das ähnlich, das ist ein Kommentar zum Superhelden-Genre. Wir haben zig Superhelden-Filme pro Jahr und es scheint kein Ende zu geben und dieser Film sagt doch, es muss ein Ende geben. Und dieser letzte Superheld aus der damaligen Zeit muss noch einmal zurückkehren, ähnlich wie der letzte Revolverheld zurückkehren muss in dem Western-Shane, den Laura und Charles jetzt gerade im Hotelzimmer gucken. Und ich liebe diese Parallele ohne Ende. Also während Logan diese Comics findet und dann auch feststellt, halt, diese Koordinaten, wo ich dich hinbringen muss, ihr habt die aus einem Comic-Heft, das ist absoluter Bullshit. Oh mein Gott, stellt er auch fest, dass Charles seine Tabletten nicht genommen hat. Also wenn er ins Hotel zurückkommt, hat Charles bereits einen Anfall und das ist verdammt gefährlich. Alle Leute in einem Umkreis von ich weiß nicht wie viel Meilen können jetzt sterben. Nur Logans Immunsystem ist ja stark genug, dass er sich trotzdem noch irgendwie bewegen kann. Das Spannende ist, hier haben die wirklich einen ziemlich geilen Stunt gehabt. Hugh Jackman wurde mit Seilen zurückgezogen, das haben sie per CGI wegretuschiert, aber man sieht wirklich diese Anstrengung. Und wenn da erneut Krallen durch Köpfe gehen, man, so muss man Wolverine inszenieren. Ich kann es nicht anders sagen. Ihm gelingt es letztendlich, Charles die Spritze zu verabreichen. Und man merkt auch, dass Charles und Laura ein bisschen bonden. Sie hält seine Hand. Das ist unfassbar süß. Und dann kommt, was eh, dann kommt erst mal in einem Nebensatz. Ja, in einem Nebensatz wird uns verraten, was aus den X-Men geworden ist. Weil im Radio hören wir, dass es eine ähnliche Schockwelle schon mal gab in Westchester, die das Leben von vielen Leuten genommen hat. Unter anderem Mitglieder der X-Men. Das hören wir im Radio, bevor Logan das Radio ausmacht. Er möchte nicht, dass Charles sich daran erinnert. Charles weiß, dass die X-Men weg sind und er glaubt, dass Logan ihm seine Familie genommen hat. Logan lebt mit diesem Schmerz, schluckt ihn runter und weiß ganz genau, dass der Vater, der ihm eine Familie gegeben hat, ihm diese Familie auch wieder genommen hat und das nicht mal wollte. Es gibt eine Deleted-Scene, wo wir sogar erfahren, dass Logan und Gene verheiratet waren und dass Charles am Tisch mit dieser Familie erzählt, dass Logan seine eigene Frau ermordet hat. Das tut so weh. Das ist unfassbar. Das ist so tragisch. Auf der einen Seite tut es mir leid für all diese Charaktere, die man zurückgebracht hat in Days of Future Past. Beast, Rogue, Iceman, Storm, Gene, Scott. Alle tot. Man hat gehört, sieben X-Men oder so sollen tot sein. Ich glaube, das sind die sieben. Oder habe ich gerade sieben aufgezählt? Ich weiß es nicht. Aber ja, dann haben wir im Grunde genommen eine Szene, die die Antithese ist zur Farm-Sequenz von Avengers Age of Ultron. Wisst ihr noch, Avengers Age of Ultron, als sich die Charaktere so ein bisschen ausgeruht haben und wieder zu Kräften kommen mussten, nachdem sie besiegt wurden von Wanda, Quicksilver und Ultron. Dann waren sie auf dieser Hawkeye-Farm und mussten wieder klarkommen. Etwas Ähnliches haben wir hier. Auf der Straße hat eine Familie Probleme mit Pferden. Und das ist das Süße. Das letzte Mal, dass Charles seine Fähigkeiten benutzt, benutzt er tatsächlich, um der Familie mit den Pferden zu helfen. Das finde ich mega süß. Und die nehmen Logan, Laura und Charles für eine Nacht auf. Und wenn die da am Tisch sitzen und sich einfach nur nett mit der Familie unterhalten und darüber sprechen, Ja, wir machen gerade einen Familien-Roadtrip. Und übrigens, mein Papa, Chuck, hatte mal eine Schule für Leute mit bestimmten Problemen und so weiter und so fort. Wahnsinnig toll, wie über diesen Fantasy-Aspekt der Reihe so menschlich gesprochen wird. Ich kann es halt nicht fassen, er hat auch Patrick Stewart gesagt. Wir haben einen großen Blockbuster, der Teil eines gigantischen Franchises ist. Aber wir haben einfach eine Szene, wo eine Familie mit ein paar Gästen am Tisch sitzt und die sich unterhalten. Und ich liebe diese menschlichen Seiten des Films. Doch parallel hat Boyd Holbrooks Charakter bereits Caliban, foltert ihn. Und Calibans Fähigkeit ist es, Mutanten ausfindig zu machen. Und diese Szene ist so heftig. Weil Logan und Charles haben noch ein letztes Gespräch. Charles sagt ihm, selbst wenn es aus dem Comic-Heft kommt, okay, für Laura ist das die Wahrheit. Und ganz ehrlich, guck dir das doch mal an. Das ist eine wunderschöne Familie. Du könntest das Gleiche haben. Genieß es, fühle es, lass es doch einmal zu. Und er, sorry Charles, die Welt ist nicht mehr das, was sie mal war. Und er hilft gleichzeitig diesem Typen, dem Familienvater, weil der hat Probleme mit so ein paar Rednecks, die ihm immer wieder das Wasser abdrehen. Und es ist eine starke Szene, wo Logan den droht. Und wir sehen wieder Hugh Jackmans Trainingsroutine. Ich so, wow, Respekt, mein Freund. Das sieht einfach nur krass aus. Und dann haben wir die Szene, die mich fertig macht. Ich dachte im Kino, das ist ein Albtraum. Charles erinnert sich daran, was er gemacht hat mit den X-Men. Er weint im Bett und Logan besucht ihn in seinem Zimmer. Und er so, das war wahrscheinlich die beste Nacht, die ich je hatte. Aber ich habe sie nicht verdient, weil ich habe etwas fürchterliches gemacht. Ich weiß jetzt, was in Westchester passiert ist. Und auf einmal Logan sieht nicht aus wie Logan. Er sieht wesentlich jünger aus und agiler. Er sieht nicht mehr aus wie der fertige Typ, mit dem wir den ganzen Film verbringen. Und er nimmt seine Krallen, rammt sie in Xavier rein und Xavier ist tot. Das muss ein Albtraum sein, oder? Nope. Das ist X-24. Weil der Boss von Boyd Holbrooks Charakter, gespielt von Richard E. Grant, der hat bereits einen perfekten Wolverine-Klon. Und er hat es trotzdem auf Laura abgesehen. Und ab geht's. Ja, deswegen ist es ganz spannend. Die wissen ja, dass Gabriella Laura entführt hat. Das einzige Doofe an dem Film, muss ich einfach sagen, das einzige Doofe an dem Film ist folgendes. Dass Gabriella in der Lage war, so eine geile Dokumentation zusammenzuschneiden mit ihrem Telefon, ist ein bisschen lachhaft. Aber ansonsten habe ich da nicht viel auszusetzen. Und ja, dann passiert es. Logan kommt zurück, sieht diesen merkwürdigen Wolverine und sieht auch, dass Charles im Sterben liegt. Das Letzte, was er will, was Charles wissen muss, ist, ich war es nicht, ich war es nicht. Glaub mir, ich war es nicht. Und wenn Wolverine gegen Logan kämpft, weil das ist ja eigentlich, Logan stellt sich in diesem Film sich selbst. Und das wird nochmal personifiziert durch diesen merkwürdigen Klon-Charakter. Heftig. Wir sehen, dass Logan gelingt, ein paar gute Hits reinzukriegen, aber er heilt nicht mehr so gut. Und das ist Prime Wolverine. Das ist das Monster, das ist Logan. Das ist Weapon X vs. Logan. Und ich mag die Parallele so gern. Ich glaube, die haben damals was ähnliches in Superman 3 gemacht, nur war es dort ziemlich beschissen. Aber ja, es gefällt mir ziemlich gut, weil es halt auf Aussage, weil es auch zur Aussage des Films passt. Und zwar, wir haben hier nicht mehr Wolverine, wir haben hier Logan, aber er muss sich seiner Vergangenheit stellen. Und nichts könnte die besser personifizieren als ein Klon von sich selbst. Deswegen mag ich das ganz gerne. Ich weiß, es gibt Leute, die diesen Aspekt nicht mochten mit X-24. Ich mag es verdammt gerne. Danach haben wir die Beerdigung von Charles und erneut möchte Logan nach Laura einfach links liegen lassen. Aber sie fährt ihn in ein Krankenhaus und zeigt ihm dann auch sogar, dass sie sprechen kann. Das war eine sehr witzige Szene, wenn sich die beiden auf einmal anmeckern und er fucket. Ich bringe dich jetzt zu deinen komischen Freunden und dann habe ich Feierabend und so weiter und so fort. Aber sie mag ihn echt gerne. Es gibt so viele kleine süße Szenen, wo sie ihn schlafen legt, wo sie sich neben ihn legt und so weiter und so fort. Wir lernen diese Kids kennen, die mich immer an die Lost Kids aus Mad Max 3 erinnern oder an die Kids da aus Hook. Ich finde es witzig, dass sie Logan seinen Bart so schneiden wie im Comic. Das erste Mal hat er diesen richtigen Backenbart. Das heißt, er sieht Comic-Akkurate aus denn je. Obwohl das der Film ist, der sich am meisten entfernt von dem Fantastischen und dem Comic-Artigen. Das finde ich krass. Und auch die Gespräche zwischen Logan und Laura sind wirklich toll. Wenn er Albträume hat und sie ihm sagt, in meinen Träumen tun mir Leute weh und dann in meinen Träumen tue ich Leuten weh. Und dieses Leben, das wir haben, ist nicht leicht. Und sie findet auch so eine Adamantium-Kugel und fragt ihn, was hast du damit vor? Und er, ich wollte mich damit erschießen. Spannend, erneuter Kontinuitätsbruch, weil in X-Men Origins Wolverine haben wir erfahren, dass eine Kugel im Kopf ihn nicht wirklich tötet, sondern nur seine Erinnerung auslöscht. In dem Film wird uns verraten, das würde ihn umbringen. Aber er ist generell mittlerweile so im Eimer, er fällt nur noch in Unmacht, er will nur noch schlafen und so weiter und so fort. Und die Kids müssen weiter. Es gibt so eine süße Szene, die ich auch kriminell unterschätzt finde, wo Laura dann mit ihren kleinen Freunden chillt. Das sind auch alles Mutanten. Und Logan guckt die sich aus dem Fenster an mit so einem Lächeln. Und wenn der Film jetzt Billo gewesen wäre, hätten wir einen Flashback bekommen, wie wir ihn nochmal im Haus in Westchester sehen. Aber der Film respektiert uns genug dafür. Und wenn er sie anguckt, sagt, deine Freunde scheinen wirklich nett zu sein. Sie erinnern mich tatsächlich auch an einen Haufen Leute, die ich mal kannte. Das ist die Art und Weise, wie er den X-Men gedenkt. Gleichzeitig möchte er sie jetzt abgeben und sagt, hör mir mal zu, Scheiße passiert den Leuten, die ich liebe. Und ich so, ja, er hat recht. Gene tot, seine X-Men-Freunde tot, Charles tot. Caliban ist ja mittlerweile auch gestorben, der hat sich in die Luft gejagt. Und wenn sie ihm dann sagt, dann dürfte es mir ja gut gehen. Das tut jedes Mal weh, dass sie denkt, dass er sie nicht liebt. Aber am nächsten Tag hauen die ab und sie werden verfolgt. Von Richard E. Grant, von Boyd Holbrook, von X-24. Die kommen mit einer ganzen Armada an. Und Logan bleibt nichts übrig. Er nimmt sich diesen Saft, dieses Zeug, das sie auch vorher X-24 gespritzt haben. Und es macht ihn wieder wahnsinnig. Das heißt, für einen kurzen Augenblick ist der Wolverine wieder zurück. Und er hilft Laura im Wald bei dem großartigsten Waldmassaker, das ich je gesehen habe. Das ist Vater-Tochter-Bonding, während sie Leute links und rechts schlachten. Und irgendwie ist es schön, weil sie sich endlich näher kommen. Ja, so funktioniert das in der Welt von Logan. Ich kann es nicht anders sagen, aber sehr schnell lässt diese Medizin natürlich wieder nach. Und wir merken, okay, ich glaube, Logan wird diesen Film nicht überleben. Glaube ich wirklich. Und ja, ihm gelingt es, Richard E. Grant zu erschießen. Was cool ist, weil er vorher noch gesagt hat, ich hasse Waffen, benutze aber eine, um ihn in den Kopf zu schießen. Muss ich dann nochmal X-24 stellen. Hat natürlich gar keine Chance. Ich finde es geil, dass die Kids Boyd Holbrook umbringen, weil er hat sie immer gequält. Und gleichzeitig ist es cool, ein paar Fähigkeiten zu erkennen. Weil die wurden ja auch alle mit Klon-DNA ausgestattet. Das bedeutet, wir erkennen Bobbys Fähigkeiten, wir erkennen Jeans Fähigkeiten und so weiter und so fort. Das finde ich ganz cool gemacht, dass wir da die neue Generation haben von X-Men. Vielleicht? Mal gucken. Aber ja, letztendlich wird Logan tödlich verletzt. Laura killt X-24 mit der Adamantium-Kugel und alles, was das Leben von Logan ausgemacht hat, endet hier. Er erkennt tatsächlich in diesem Moment, wo er tödlich verwundet ist, das hat Charles gemeint. So fühlt es sich also an, eine Familie zu haben. Ich habe gerade eine Tochter und ich halte ihre Hand. Und sie weint und schreit auch noch, Daddy, wen trifft es nicht? Meine Güte. Und das Letzte, was er mit auf den Weg gibt, ist, bitte werde nicht zu dem, was sie aus dir machen wollten. Weil genau das ist aus ihm geworden. Sein ganzes Leben war eine Tragödie. Er wurde zu einer Waffe gemacht, musste als Waffe leben, konnte das nie ablegen. Als er eine Familie gefunden hatte, wurde sie ihm wieder genommen. Und jetzt will er zumindest dem einzigen Menschen, den er hat, der sowas wie Familie für ihn ist, die Möglichkeit geben, nicht das gleiche Leben führen zu müssen. Und das tut weh, aber es ist echt schön geschrieben. Und so stirbt Logan. Und es ist ein ehrenhafter und würdiger Tod für ihn. Und ich hatte auch damals Angst, dass die Post-Grad-Scene, wie die Krallen irgendwie aus dem Grab kommen, hätte ich gehasst. Nein, es muss Konsequenzen geben. Es muss sich konsequent und final anfühlen. Und das tut es auch. Und wenn Laura, sie weiß gar nicht, wie man so eine Grabrede hält, also spricht sie einfach die Zeilen aus dem Film Shane wieder. Das finde ich, das finde ich jedes Mal stark. Und auch eins der Kids hält eine Wolverine-Actionfigur, klassische 90s-Actionfigur. Und der Film endet wirklich damit, dass die Kids abhauen, um ihr Leben in Sicherheit zu führen. Und sie hatten ja Logan begraben. Und da ist so ein Kruzifix auf seinem Grab. Und Laura geht da hin und sagt, ja, aber das ist nicht Logan. Sie dreht das um und macht einen X raus. Denn er ist als X-Man gestorben. Er ist als der Held gestorben, den sie immer bewundert hat, über den sie gelesen hat, den sie kennenlernen durfte und den sie auch anerkannt hat als ihren Daddy. Und das ist das Ende des Films. Und ich liebe es. Logan ist Next Level. Logan ist ein intimer Film. Logan lebt von Emotionen. Ich glaube, die haben es ganz gut zusammengefasst. Ja, der Film ist R-Rate und die brutalen Szenen sind heftig und die Action ist großartig. Und es ist auch nicht so viel Shaky Cam wie in The Wolverine, wo man teilweise nicht erkennen konnte, was passiert. Nein, die Kamera hält voll drauf und ist auch ruhig. Aber es geht nicht um die Action. Es geht um die Figuren. Es geht ums Drama. Deswegen, Hugh Jackman meinte selbst, das R-Rating war ihm auch wichtig, um eine erwachsenere Geschichte zu erzählen. Und das haben die meiner Meinung nach auch. Und das Spannende ist, der Film war ein Gamble. James Mangold und Hugh Jackman haben tatsächlich eine geringere Gage bekommen. Der Film hatte nicht das gigantischste Budget, aber sie meinten, ihnen ist es wirklich wichtig, den Charakter so zu verabschieden. Weil die wollten auch, dass danach Schluss ist. Mit Logan, mit Hugh Jackman als Wolverine. Spannenderweise hat er mal in einem Interview erzählt, wie es dazu kam. Er meinte, dass er sehr gut befreundet ist mit Jerry Seinfeld. Und die beiden darüber geredet haben, wie ja Seinfeld zu einem Abschluss kam. Und dass das sehr gewollt war von Jerry. Jerry Seinfeld meinte, ja, hier hören wir auf. Ich möchte aufhören, wenn wir noch on top sind. Wenn die Leute eigentlich noch mehr haben wollen. Weil genau dann ist der perfekte Zeitpunkt zu gehen. Dann haben die uns in guter Erinnerung. Und das hat Hugh Jackman so beeinflusst, dass er sich hingesetzt hat mit James Mangold und gesagt hat, der nächste Wolverine-Film wird mein letzter. Genau so möchte ich es auch beenden. Ich möchte nicht so lange die Nummer machen, bis die Leute die Schnauze voll davon haben. Ich möchte mit einem perfekten letzten Film die Nummer beenden. So dass Leute eigentlich sagen, ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Noch ein, zwei Filme mehr. Aber ihm ist das genau, ihm ist das so gut gelungen. Es war ein perfekter Abschied für sowohl Logan als auch für Charles Xavier. Ich weiß, Spoiler-Alarm für Doctor Strange 2. Man hat eine Variante von ihm kurz zurückgebracht. Aber das war eh nicht dieser Charles. Ich fand es wundervoll, was sie mit den Charakteren gemacht haben. Ich fand es auch wundervoll, wie Daphne Keen funktioniert hat als Laura. Und ich würde mich sogar freuen, sie irgendwie wiederzusehen in einem anderen Projekt. Ich weiß halt echt nicht, wie es gerade um die X-Men steht und um die Kontinuität und ob sie weitermachen wollen oder nicht. Aber generell ist das für mich der perfekte Film. Dieser Reihe ist für mich tatsächlich so ein Comic-Film-Meisterwerk. Ich wusste nicht, dass das noch drin ist. Ich wusste nicht, dass wir diesen Bombast auch ersetzen können durch Emotionen, durch ein gutes Charakterdrama. Das haben wir hier bekommen. Ich bin jedes Mal berührt, wenn ich ihn gucke. Ich bin jedes Mal gut gelaunt und dann wieder ein bisschen schlecht gelaunt, wenn ich ihn gucke, weil es ist halt echt eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Aber das macht den Film ja auch so besonders, so grandios, so einzigartig. Und ich liebe ihn. Und damit beende ich mein Video zu Logan. Doch jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Logan? Schreibt es mir in die Kommentare. Nochmal vielen Dank an den Sponsor dieses Videos, CyberGhost VPN, der Videos wie diese überhaupt erst möglich macht. CyberGhost wird eure Daten schützen und euch Zugang zu blockiertem Content für nur 1,94 Euro im Monat bieten. Den Link zum Angebot findet ihr im Beschreibungstext. Bis zum nächsten Mal.